Hallo, ich habe mit Mani gesprochen und ich habe die Erlaubnis erhalten, wenn man es so sagen will, oh Gott, dass ich ein bisschen bauen darf und ich hänge heute eh so ein bisschen durch, weswegen ich heute mal ein bisschen bauen wollte. Einfach nur vielleicht ein Lager, vielleicht das hier hinten noch ein bisschen anders machen. Mal kieken, was wir so machen werden. Genau. Ja, also als erstes werde ich jetzt erstmal folgendes machen und zwar alles bereitstellen und hier auch nochmal alles bereitstellen. Und ich denke mal, dass ich hier ein bisschen was mit den Nahrungsmitteln machen werde. Kann man eigentlich, oh ja. Nice. Okay, das werde ich wahrscheinlich dann machen. So. Äh, da lang. Ne. Da lang. Wir werden jetzt erstmal einmal gucken, dass man Osmium auch noch frei macht. So. So. Habe ich überhaupt Musik an? Ja. Show. Ja und ein bisschen Crafting wollte ich auch machen. Und vielleicht noch mehr Sachen zur Verfügung stellen. Show. 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 Oh Gott. So was brauche ich denn für neue Drohnen? Vielleicht wird das hier als erstes Eisenleiterplatten und Raketentriebwerke. Pulsarkristalle. Leiterplatten. 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 Und hier auch nochmal Leiterplatten. Also stellen wir erstmal das Lager ein. Schwefel. Und hier machen wir Nachfrage. Äh. Uran. Und hier auch noch Silizium. Magnesium. Und Alu. Magnesium. Und Alu. Magnesium. Okay. So. Oh. Nice. So. Was brauchen wir denn für. Oh. 10.000. Moin. Ja. Ich will kleine unschuldige Drohnen versklaven. Na. Was geht. Ja. Das würde ich dann aber mit Manni zusammen machen. Also jetzt. Ich wollte heute nur. Über. Bauen. Genau. Ich bin nämlich. Gerade. Am überlegen. Wie man das am besten. Macht. Bald wieder. W. Vorbei. Und Autobahn. Ja. Ja. Oh man. Ja. egip. Na nur. Da 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 nur. So. Ich will hier hinten das Stinks und Spawn bauen. Die Mining-Region. Ich wollte hier eine Farm bauen. Also dass da unterschiedliche Bienenlarven viele Gebäude setzen und dann wollte ich da drinnen die Nahrungszüchter unterbringen. So. 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 was anderes spielst. Aktuell. So, let's go. Oh, Gasextraktor. Endgame, ja. Ach, nur so, hat mich einfach mal interessiert. So, was gab es denn hier? Schwefel, okay. Ehh. Ah, okay, ja. Was ist denn SE? Ehh. Ach, Space Engineers. Okay. Da kommt wohl demnächst ein großes Land mit den Fraktionen und so weiter. Ich habe heute was gesehen, dass die da Borgs und so weiter reinbringen wollen oder war das ein anderes Spiel? Ja. Das war's. Das war's. Das war's. So viele Raupen. Oh Gott. Alter. 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 das funktioniert nicht kann man machen ganz am anfang habe ich mein fahrzeug gemacht okay wahrscheinlich musst du dann einfach nur die ressourcen dann dafür sammeln nehme ich an ja ganz klar musst du die ressourcen dafür sammeln so alter sind hier viele rauben so mit herstand zusammenschweißen also kriegst du dann so gesehen nur eine blueprint vorher angezeigt oh so 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 noch ein bisschen eisen ah ok an sich aber trotzdem cool also kannst du da entspannt bauen und äh kriegst wenigstens genau das was du haben willst so so äh noch ein eisen gott gott oh gott oh gott so 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 äh mir fehlt es irgendwie immer so ein bisschen an dem kreativen wodurch ich gerne nach anleitung baue so 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 und die kriegst du wahrscheinlich durch ähm Äh, durch Missionen und so weiter, ne? Ah, okay, Missionen und Ehe, okay. Oh, okay. Oh, okay. Nice. Ah, Platin und Uran sind gut. So, was brauchen wir dann noch für einen Erz-Extraktor? Oh, nicht mehr viel. Nice. So, noch ein Eisen. So. Ein Eisen. So, noch ein Eisen. So, noch ein Eisen. So, noch ein Eisen. So, dann holen wir uns nochmal drei Drohnen. So, noch ein Eisen. So, noch ein Eisen. So, noch ein Eisen. Oh, Bora. Kakao und Weizensamen. So. So, wobei ich Uran nicht verkaufe. Das kannst du wahrscheinlich für andere Sachen besser gebrauchen, oder? Ja, habe ich mir gedacht. So. Oh. Zum Glück brauchen wir uns hier gerade aktuell nicht keine Sorgen um Strom machen. Das finde ich ganz gut. Oh. Den wollte ich haben. Oh. 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 Oh, die kann ich alle mitnehmen. No, Truhe. No, Truhe. Ja, ähm, ich wollte jetzt gucken, wie teuer der Miner ist. Und dann anhand dessen entscheiden, wo ich anfange, die Miner aufzubauen. Und dass ich davon dann nach und nach die Ressourcen bekomme. Ja. 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 Und was meinst du mit, achso, die, das sollte ich die hier machen? Ja. Dann soll ich die hier machen. Das, das, das Eins, zwei, drei Okay, guten Hunger Was ist das? Oh Okay, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege So und jetzt hier Osmium Okay, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege Äh, so Und jetzt brauchen wir noch Iridium Okay, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege Das war's für heute. Und Titanium. Und Silizium und das. Dann bauen wir hier noch Iridium. Und Silizium. Und Silizium. Schön viele Schmetterlinge. Und das Energielager wollte ich noch umbauen. Und genau. Oh. 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 Wir sollten auf jeden Fall einen machen, der uns noch rein Eisen liefert. Und so weiter. Ja. So, und ich wollte einmal gucken, was ich brauche für, wie heißt es gleich noch, Drohnen. Okay, das habe ich noch nicht freigeschaltet. So. Oh. Schnelleres Zerlegen von Gegenständen. Okay. Hm. So, kleinen Moment. Ich wollte eben da einmal mit nachgucken. So, was bauen wir denn noch? So. Hm. So, ich will einmal eben gucken, wie man die Kristalle herstellt. So. Hello? Oh. Methan-Kartuschen. Osmium-Cellulid-Iridium-Uran. Oh Gott. Hi. So. Eins, zwei, drei. Und hier noch ein. Äh, nicht hier. Was kann ich hier herstellen? Eisen und Angebot. Ne, nicht Nachfrage. Angebot Eisen. Okay. 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 Oh. So, auf geht's. Noch mal was fordern. So. Und. Und. Präsent. So. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. So, was brauchen wir denn für die Lagerunits? Oh, Leiterplatten. Wie stelle ich denn Leiterplatten her? Im Lager? Kann das sein? Äh, ich mein, im Labor. Nee. Dann wahrscheinlich an dem normalen Crafting-Table. Hallo? Ja. Oh, Stickstoff und Biokunststoff und Cellulit? Cellulit? For fuck's sake. Ähm. Ja, dann muss man wohl mal einen Miner hier hinten aufbauen. Im Zeulit. Angebot. Wasser. Und da unten machen wir auch Angebot Wasser. Und hier machen wir Nachfrage. Wasser. Und so. Ich glaube, ich klau mir mal die Produktion. Nachfrage und dann machen wir hier. Nice. So, 60 Sekunden. 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 So, ich glaube, ich gucke mal eben bei Nexus-Mods. Für...Planet Crafter. Äh, weil... ... 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 Gridsnap. So, vielleicht funktioniert das jetzt besser. So, und jetzt nochmal testen. So, und jetzt nochmal testen. So, und jetzt nochmal testen. So, und nochmal. Funktioniert das hier besser? Okay. Okay. Oh. Okay. 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 Und nochmal. Okay, der will echt nicht. Okay, dann machen wir das so. Silizium. Nochmal testen. Was? Alter, sind hier viele Rohr. Okay. 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 Das ist nice. Wie sieht das hier hinten aus? Und dann geht's hier weiter. Okay. 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 Dann ist das hier das. Nahrungsproduktion. Nahrungsproduktion. So. Eine Kochstation. Oh. Oh. Hochfertiges Essen. Oh. Okay. 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 So, Eisen. Oh, nice. Ah, das funktioniert echt gut. Pro Minute drei Eisen. Oh, nice. Okay. Das muss ich runter donnern. Malie. Okay, hi, 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 Stone Stream. Falls du ein paar Motten brauchst oder Larven. So. Okay. 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 Okay, dokely. Nice. So. 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 Nachfrage. Stickstoff. Und hier haben wir Nachfrage. Methan. Und hier ist O2. Ja, wir haben Drohnen. Das ist voll nice. Ups. Und ich hab hier. Die Produktion hochgedreht. Und. Drei. Mit Eisen. Ja, macht es nicht Sinn, die Methan-Dinger und so ins Labor zu bringen zu lassen? Da brauchen wir die doch am meisten, oder? Äh, ja, hast recht. Aber das Labor habe ich noch nicht angefangen. Ich wollte nur die Ressourcen bekommen. Das würde ich dann später umstellen. Hm. 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 So. Hm. 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 Hmm, hmm, hmm. So. Ja, schlimm, oder? Vor allem jetzt sind hier ja schon wieder welche. Jetzt fangen wir mit einem nervigen Ding an. Ja. Eisen, 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 Eisen. So, nicht wundern, ich hab was vor. So. So, nicht wundern, ich hab was vor, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. So, ich will nämlich jetzt hier alles... Oh Gott, ist das dunkel. So, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Oh Gott. So, ich hab, 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 ich hab' Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, seltene sollten wir definitiv mitnehmen. Ich glaube, ich brauche Dienstag eine Führung. Ich finde nichts... Oh doch, du wirst noch alles wiederfinden. Also das ist das Ziel dahinter, weswegen ich das jetzt abgebaut habe. Das ist eigentlich nur, dass es auf derselben Ebene ist, so wie es vorher halt auch war. So, Baumrinder, Zellulit. Oh, noch eine Reihe. So. Oh. So. So, der malt dir noch eine Karte bis Dienstag, ich weiß nicht. So, der ist eine Karte, ich weiß nicht. Ist das wirklich dieses kleine Stückchen, was da im... Ah, ist das nervig. Ah, ist das nervig. Ah, ist das nervig. Ah, ist das nervig. Dann versuchen wir was anderes. Ah, ist das nervig. 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 Ah. Untertitelung. BR 2018 Hoffentlich richtig rum? Nee, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ah, Selva. Ja, natürlich. 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 Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. 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 Oh, Rucksackstufe 3. Aber ich glaube, das dürfte Manni hier gefallen. Oh, Rucksackstufe 3. Oh Gott, das sind viel zu viele Larven. Oh, Rucksackstufe 3. Okay. Tierstreurakete. Nice. Zeolyt. so dann hier viel spaß und dankeschön dass du dabei warst und dann bis morgen und schönen abend angebot seite angebot ne nicht angebot nachfrage okay das läuft okay dann nehmen wir das und das sind planta plankton abc b und nachfrage plankton so 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 was fehlt denn hier noch im labor vor so 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 man so 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 okay so 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 dann bauen wir den noch so 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 Die beiden Und eigentlich noch Schwefel Und noch ein Bakterium Ich glaube das Labor wird dir echt gefallen Oh Baumrinde Nachfrage Baum Baumrinde 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Pflanzen. 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 Nachfrage. Nachfrage. Pflanzen. 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 Alter, sind das viele Samen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, zwei Titanen, äh Legierung. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird lustig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 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 Oh ja, nice Okay Oh, das ist ein Cellulitkristall Äh, Komet Den hab ich noch nie gesehen Weil der so kackenlangsam ist Aber da müssen wir jetzt ganz dringend ganz schnell hin Oh Ah ne, das ist hier Genau Ey Äh, Pulsarkristalle Und das Gute ist, die verschwinden glaube ich nicht Also Pulsarkristalle haben wir auch nochmal einen kleinen Vorrat bekommen Liegen hier noch irgendwelche weitere rum? Ne Okay Kürbis Bohnen Okay, nice Krass Okay So Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wann wird das hier endlich freigesetzt? Das war's für heute. So... 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 Nachfrage... Eisen... So... Oh, ne... Oh, ne... Oh... 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 Oh. Oh. So, was fehlt denn jetzt noch? Iridium. So. Rosmium. Legierung. So, Nachfrage. Osmium. Und das hier sind... Osmiumstäbe. Oh Gott. Ups. Osmium... Stäbe. Und... Das hier ist... Legierung. Legierungsstäbe. So, das hier ist... Uran. Das hier ist... Uranstäbe. So. Das hier ist... Das hier ist... Das hier ist... So, hier wollte ich nämlich die... Okay, dann können wir hier nämlich die Wärmeproduktion aufbauen. Ach, ähm... Wenn ich da ein Okay hab, würde ich das machen. Aber ich dachte, das machen wir zusammen. Vor allem, die brauchen so verdammt viel Sachen. Okay. 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 So. Legierung. Wie viel besser sind die? Okay. 4500. 500. Fünfmal so gut. So. I'm Herr. Okay. 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 So. Okay. Untertitelung. BR 2018 So. Dann bauen wir eine einzige davon. Das wird schon klappen. Stick. Ah. Stickstoff. Meth. Und zwei. Baumrinde. So. Jetzt fehlt uns noch ein wenig Legierung. Wie teuer sind eigentlich diese Teile? Okay. Na vielleicht sollten wir davon noch ein paar bauen. Viel mehr Legierung. Hmm. 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 Untertitelung. BR 2018 What the fuck? Plus 1000. Ich hab mir das kleiner vorgestellt, auf jeden Fall. Okay. Okay. Ah. 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 Oh. Oh. Ah. 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 Ja, ne, das sollte eigentlich nicht. So. All right. All right. All right. All right. Oh. Oh nice. Oh Gott, hier ist dunkel. Oh, ich glaube, das dürfte richtig geil aussehen, wenn wir vier Stück davon haben. Und da dann rumlungern. Völlig abstruse dieser Welt, aber ja. Oh. 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 Amen. Amen. Oh, Kobalt. Haben wir hier irgendwo Kobalt? Ah, verdammt. Hm. Äh. Hier ist nicht so viel Erfolg. Ich muss leider die Bäume abreißen. Ist der immer noch da? Nein, der ist nicht mehr da. Okay, gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, stellen wir es da einfach erstmal hin. So, stellen wir es da einfach hin. So, stellen wir es da einfach hin. So. 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 So, Osmiumstäbe. So. 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 Ah, teuer Geld. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Den nehmen wir noch mit. Ah, das sind die Drohnen. Oh. 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 Tanua- 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 Mhm, mhm, mhm. So, Silizium. Und dann machen wir eine Aluminiumfarm fertig. So, wo war denn am besten... So, obwohl, da könnte ich einmal probieren. Oh, ich habe ein Titanium vergessen. Oh. 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 Mh 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 Verdammt Duran sollte ich auch machen Ehhhh Uh Oh Oh Uh, nice Okay, hier kommt Aluminium hin Um Hups Hups Hup D Mhm D worms D D D Amen. Und wieder zurück im Labor. Oh Gott, das wird langsam echt viel. Alter, überall diese... Und wieder zurück im Labor. Ja? 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 So, einmal Legierung. Ich glaube, ich brauche dieses Sprengstoff. Ich will das hier endlich fertig umgebaut haben. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bisschen noch bauen, umbauen, umbauen Bisschen noch bauen, umbauen, 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 umbauen Bisschen noch bauen, umbauen, 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 um Vielen Dank. Vielen Dank. So, nochmal wieder ein bisschen Bäume gepflanzt. Vielen Dank. So, nochmal wieder ein bisschen. So, nochmal wieder ein bisschen. So, nochmal wieder ein bisschen. So, dann machen wir hier noch Schrottkisten hin. Zwei. 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 Schmeißen wir alles in random rein, damit wir die Sachen hier endlich abbauen können. So und hier packen wir Pulsar-Kristalle rein. Pulsar. Kann man hier eigentlich die Priorität? Okay, dann machen wir zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Pulsar. Pulsar. Nice. Rezept auswählen Angebot Und hier machen wir Osmiumstäbe Ah Und wir könnten noch einen dritten bauen Osmium Und dann machen wir noch Iridiumstäbe Boom Nachfrage Äh Ne Angebot So Was kostet ein Teleporter Na Frage Zeolit Sch Untertitelung. BR 2018 So, dann bauen wir ein für Osmion und Zeolit müssen wir auch noch bauen. Aber damit kriegen wir jetzt nach und nach echt gut Zusammensatz. So, dann machen wir das. So, dann machen wir das. So, dann machen wir das. Aubergine, Pilze, Bohnen, Aubergine, Pilze, Bohnen, Kürbisse. Oh, willkommen zurück mit Ton, hello, hello, hello. So, ich habe ein bisschen noch mehr umgebaut. Angebot. Es hat sich ein bisschen was geändert. Aber ich hoffe, das ist so, dass man damit dann besser arbeiten kann. Nachfrage nach Honig. Ja, aber ich versuche das gerade noch so, dass es nicht ganz so kompliziert ist. Was ich aber cool... Ich sterbe schon wieder. Noch nicht so viel Änderung gemacht. Ja... Nur das Teil finde ich ein bisschen übertrieben, aber okay. Äh, Aubergine. So, ich finde das hier ganz cool. Und wir haben eine Küche. Und hier wird dann die Automatisierung stattfinden. Ja. Ja. Also richtig nice. Aber ich wollte jetzt zum Beispiel noch nichts machen mit äh, Fischen oder dergleichen. Ähm, weil ich das sehr blöd gefunden hätte. Deswegen habe ich das alles erstmal gelassen. Weil eine Idee war... Guck mal hier. Es gibt diese Aquarienstufe 2. Und hier fand ich, das wird das nicht reinpassen. Aber die Idee, die ich hatte, war... Dauert ein bisschen. Das man hier vielleicht so ein Fischlabor macht. Irgendwie sowas. Dass hier viele Aquarienstufe 2 sind. Ja. Genau. Darauf hätte ich halt richtig Bock. Ah, verdammt. Und hier habe ich auch ein bisschen umgebaut. Weil ich da noch nicht wusste, ob ich noch mehr machen will oder nicht. Aber das hier ist jetzt... Dein Labor. Wir können doch mal... Genau. Und hier erstmal den kleinen einzelnen. Aber ich dachte mir wahrscheinlich, dass es... Bestimmt ganz cool ist, wenn man hier in der Mitte einfach eine Leiter nach oben baut. Und dann ist hier oben alles voll mit... Ähm... Der Seideproduktion. Weil ich glaube, man kann mit dem Autocrafter... Automatisch... Ähm... Ach, wie heißt das gleich noch? Stoff herstellen, was man dann hier mit den Raketen verschicken kann. Weil die kannst du automatisch befüllen lassen und dann nach oben schicken lassen. Aber... Das wollte ich halt mit dir dann durchsprechen. So... Legierungsstab... Osmium... ... ... ... Medium. So... Eine zweite Osmium brauchen wir. Ja... Ähm... Da hatte ich auch schon was gesehen. Warte... Ich wollte es hier eben fertig bauen. Osmium. Angebot... Osmium. So... ADS ist jetzt unser Zuhause. Äh... Hier. Und zwar gibt es ja das Wohnmodul 3. Das finde ich ganz cool. Die Drohnen brauchen wir definitiv. Aber es gibt einmal das abgerundete Wohnmobil... Wohnmodul... Und... Das Wohnmodul mit Kuppel. Ich glaube das... Das ist geil. Oh ja... Da dachte ich an folgendes... Man fängt das an hier drauf zu bauen. Weil man hier halt diese mega Aussicht hat. Und man kann da halt die Teleporter dran anschließen. Äh... Falls dir noch nicht aufgefallen ist, dass ich, dass wir zu viel Eisen haben. Äh, wir haben zu viel Eisen. Was? 1. No! Oh. Oh, vielleicht doch nicht. Äh, ich weiß 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 nicht. Oh, wait a moment. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe wirklich, ja, es gibt Säugetiere, also die kommen jetzt gerade langsam, weil wir eigentlich Amphidibien freischalten müssen, aber ich habe wirklich nichts zusätzlich gebaut, also, ja. Also, wir können definitiv Froscheier herstellen und hier, guck mal, was, das alles haben wir noch alles freigeschaltet und hier. Also, das hatten wir als letztes freigeschaltet. Und jetzt haben wir die Heizung, Insektenverteilerraketen, Bohrer, das Aquarium Stufe 2, genetischer Synthesizer, Tiersteuer und Tierfutter. Und den Bauernhof finde ich ganz gut. Oh mein Gott. Okay. Du Suchti. Nein. Nein. Ach, verdammt. Du Absolutely. Du suchti. Du sucht. Und trotzdem. Du ves. Du escuch. Du sucht. Okay. Hier brauchen wir eindeutig so ein Dreierteil. Ja, dann sollte man definitiv wahrscheinlich nichts machen. Ach ja, und die wichtigste Truhe von allen, die hier stehen. Die Random-Truhe. Da kannst du Sachen einfach reinschmeißen. Und die werden dann abgeholt. Oh mein Gott. Ja, und wir können hier Schmetterlinge produzieren, wie wir lustig sind. Oh. Ja. 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 Amen. Man könnte hier mit dem Producern echt noch reinhauen. Das könnte noch richtig durchdrehen. Also hier ist nur ein Anzeigefehler. So. 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 Nowimate. So. So. dann zumindestens wahrscheinlich Teleporter so bauen können und wir müssen dann Methan und so weiter noch verschieben, dass wir einfach dann zum Beispiel die ganzen Mutagene und 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 automatisieren können und wir dann den ganzen Haufen, also dass du dann zum Beispiel nicht mehr die ganze Zeit craften muss sondern du gehst einfach an die Tour ran und hast da irgendwie 45 Dünger da rumfliegen und ja ich dachte mir das nämlich, dass du Bock hast auf die Tiere, weil ich hab das noch nicht gemacht und ich dachte mir, das wäre bestimmt eine nice Geschichte, deswegen habe ich dahingehend halt wirklich noch überhaupt nichts gemacht so so Das denke ich auch. Also. Jetzt bauen wir das hier als letztes. Und dann ist Feierabend. Ich bin aber mega zufrieden mit unserem Fortschritt. Und jetzt brauchen wir nur noch die Drohnen. Also. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Einen entspannten Abend auf jeden Fall noch. Eine gute Nacht. Hauen sie rein. Bis Brian. Auf Tschüsseldorf bis Brokkoli. Morgen wird bestimmt richtig nice mit den ganzen Tieren. Und. Ja ich freue mich schon auf die Aquarien und so weiter. Da wir dafür echt fast alle Zutaten haben. Und wir können die einfach bauen. Das wird glaube ich richtig richtig entspannt. Also. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. Und bis morgen. Tschüriö. Ciao. Danke nochmal fürs dabei sein. Ciao.